Fortschritte Okay, ein Kürz, ein Lerner. Mittelfrist. G-G. Ja, okay, go, go. Und die sind auch von Federdruck, oder? Ja. Ja, ähm... Lustig. Wie viele BWs kommen da raus? ja aber du hast 50 schuss ja so wie ein sniper ungefähr also komplett die wirst du nicht behaupten die aus aus paul dinge in diesem wiesing stellen dass ich alles wohl wie mit Dingen, wer das mit Dingen so machen wir mit Booms so mit Schuhe wie äh Sniper die kannst du doch nicht benutzen sie sind 1,6 Schuhe ok, das geht also ich gehe weiter in den Bus, dann musst du dann in den anderen also gut, ich gehe ja, ich kann nicht so weit von der Port weil, du weißt du, das ist relativ viel hier ganz viel hier Moment, ich meine, jetzt zu dem Bus Teng, ich tue es nicht auf, dass der Bus tatsächlich optimal bleibt nicht, dass der permanent überall KC geholt und das dann schmeißen ich kann nicht ich habe gemeint, ihr seid an ein paar Indie immer 4,2 B immer 4,2 ja also egal, mütisch ja, für den mindestens Format ja, für den mindestens Format da habe ich das auch so ein kleines dass sie nicht die kratzperrmento mischt, dass das alles voll saut jetzt mal nur füßt jetzt dann den sternei noch ja, bitte bitte den herr, ähm, gut nachs müde schreien, äh, ragwoll oh, ey, Junge, küsst dich geschehen ich hab mit den Kratzen geblüben, du Zergeheyen ich kann noch ein paar nerven wobei das sind? oh, okay, lass uns schon dauern ähm, entschuldige, ich kann sonst von hatten, ich mach mal, ich hab's nur drin ich weiß, ich bin ein bisschen außer range, weil ich, ähm, ja, ziemlich gut, aktuell nicht ist auch nicht schlimm, ist nicht schlimm ich füllen mal mit dem Dues wie wär das denn? genau, ich komm, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, stammst da hier unten drinnen du kreppierst gleich ja schon mal den healer umgehen ja schon mal mein jahr ist das los komm, dann pass nach komm 10% nicht prozent nicht prozent schon ein bisschen schwer kann ich mal was cooles droppen fangen wir mal so hin dann schlange schlange bussi des todes gewirsch die müde ich die ne bullshit 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 ich komme rum meine kundecke, ich darf nicht aufreißen, ich darf nicht aufreißen ich darf nicht mehr von mir aufreißen, ich darf nicht mehr von mir aufreißen ja jero, dann für ein sonderwein, das ist alles, okay weil du weißt du ich noch mal aufnehmen, ich bin da drin das ist doch egal, das stimmt Es gibt keine Probleme im Mordor Nein, nein, ich bin nicht losch 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 Was soll ich noch sagen? Nein, nein, nein Ich bin nicht losch Okay Komm Ja, nein Sonst Sonst ist es nützlich Wenn ich aber ein bisschen Ein bisschen Wappschlufen Wollen die Nogis kommen? Wo kann ich auch? Ja, das ist mir egal Ich bin froh, aber nicht Dann äh Warte, aber cool, aber schon zu Zudem du hin, dann zu rum und frucht voran Fahne ich nur persönlich Das ist relativ egal Ich bin ja selbst und dann alles dabei Nein, wir sind zu kriegen Ist mir zwei, du auch dann? Ja Und dann äh Aufrech für hier steigen Den Denim Ja Ich muss auch vor den Jeans Danke, aber das ist gut Hä? Ich glaube auch wenn wir uns hier müssen Mit den Jeans Mit den Jeans Mit den Jeans Mit den Jeans die nur die Denim sind Eh schon Denim Kein Lovis Oder Levois Äh Das ist mein Gott von dem Korb oder keine Ahnung Ja Das ist mein Gott von dem Der Mann Und wenn du Die Leute Das ist mein Gott von dem Oh ja, Mike, 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 Mike Hast du das gesehen? Ja, ja, das ist schön. Probierst du... Okay, ja. Komm auch so hin auch nie. Ach, das ist aber gut eigentlich dran. Das ist ein Crap dran. Das ist ein Crap dran. Ein Crap. Mist, Crops. Mist, Mist. Das ist ein Crap. Spongebob. Spongebob. Ja, das ist lustig. Ja, das ist lustig. Du links hier schritt. Und du ja, Spongebob links. Super. Das ist vielleicht ein Buss. Mhm. Hast du nicht geduldet, gell? Das muss ich gut sehen. Prost. Kommt die Mord? Die Mord? Was? Das ist eine Mord-Locken-Lode hier. Kommt man bei den Mord-Land-Mord-Locken. Ah, okay. Ich hab schon... Hä? Mord-Locken? Mord-Locken? Mord-Locken hier, Mord-Locken da. Du bist schon ungestacht, Maureen, drop, drop is like a hot, weißt du das? Wie gesagt, Jerome, was gut ist bei der Pop-Action, äh, witzelur, denn was wir gegen Pop-Action haben, oh, zuck, zuck, zuck. Aha. Ähm, 15 Schiss, das ist doch schon interessant. Von Nuss hoch. Komm, du schießt in der Mitte, kannst du die wirklich ganz feststellen. Ja? Ja, du siehst Mitte. Ja, okay. Du hast drei Varianten, du kriegst die ganz klein, du kriegst die Mitte, du hast die Belohnen und dann kriegst du ihn lang. Äh, die ganz klein, das ist, wo die Schaft aufgesät ist, an den Rohr eigentlich relativ rät. Du hast, äh, wie sie, äh, wie sie, äh, wie sie normal ist, eben, wo ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aufsteht, an den, auch noch. Die wirklich, die große, die dann, wirklich, die dann, wirklich, dass das Rohr bewegt, ein großes, einfach, das schafft, anders selber. Wohl eigentlich falsch. Das ist ein guter Luft, ey. Und sie braucht kein Gas, sie braucht kein elektrisch. Ja. Und das ist die CQV, also du kannst gut, auf close range, wisst ihr, das ist ja, auch, äh, Heuserkampf. Und 1,6, noch für Heuserkampf. 1,7, noch für Heuserkampf. Ja, weil oft, wie noch am Geschäft, oft wird so, dass, äh, ab Nö-Distanz, also so kurz, äh, Heuserkampf eben halt, nimmt man, äh, äh, Pistole an Schroeprind. Ist das? Ja, das ist ja Schroeprind, ganz normal. Ja, ja, aber es ist ja schon, das war, aber es ist so, so an Heuserkampf, wenn du halt, wie du, direkt, Automatisch Bag-Up. Weil Bag-Up ist schwer als, wie, äh, die Premier. Das, du hast ja auch, ähm, geredet hast. Willst du was vieles sagen? Normalerweise war es leider bei zwischen 0,5 und 0,9 so klein eigentlich wegen ganz geringer Distanz Ja, wie man zu den Videos guckst du, wo du schon kennst du spielen das ist ein Hauskampf mit einem rieselangen Kulluach zum Gang Ja Du kannst aber schon an einer Waffe an einer Waffe Ja, aber du kannst auch auf die Distanz bei den 0,5 aber das geht auch Joule ist so, ja nicht die Distanz ist, nicht die Scheiße Wie weiß, was die vier die Lassbans ist? De Bobo Juste Bobo, definitiv Ja, aber dann haben wir uns auf kurze Distanz so, ja Du willst du auf kurze Distanz bei den Wessen von 3 Joule getroffen gehen? Du weinst das? Definitiv wird Ich meine, das will kein Sie hat wieviel FPS am geschafft Wer meinst du? Ich denke Ich schweiz sie auf Gas Ich meine, aber auch schon den Funerf Gute Funerf Oh, da ist ein Lob bei dir Hast du den Lob gepasst? Du musst eigentlich viel Damage und du nur ganz viel Damage Ja, okay Erdbeben Erdbeben und ja, du nur Alte Praxe, komm Und das ist ein die Schlacht voll voll und Das ist ein Aufschuss Bubble, 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 Bubble Bubble, Bubble Du bist da? 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 Nein, du bist da. Ja, wow! Wow! Erang! Raus! Das ist sowieso der Tradesbar. Das ist sowieso der Tradesbar. Das ist sowieso. Das ist sowieso der Bruder. Mhm. Und ich muss ja warum mich einfach voll auf Chargen. Toten. 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 Wow. Wow. Ich benutze das für Füßen. Füßen. Gell? Mhm. Und ich drehe mich auf den Fasern und gerade die Blitz. Oh. Oh. Die Stimme macht so cool. Der Geschlecht. Wie ist es bald? 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 Der Schweizer kommt. Der Schweizer kommt. Das ist sowieso schwierig. Ja. Wie ist es bald? 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 Der wird doch kein Bruder zwischen den Namen und den Spotenhof. Huuuuii. Nein. Weil sie dich betäubt. Das ist scheiße. Also ich könnte relativ oft. Nein? Bisschen rumgeil. Mhm. So. Immer wann ich ihrs will. Immer wann ich... Okay. Also nein. Ihrs will. Also nein. Das ist gut. Schmeiß auf Grut.